Ich bin hier Mittwoch beim Geheimtraining. Der Teppich hängt hier wieder vor. Das zeige ich mir eben. Peter ist schon ein Riesen-Gerl. Es ist immer die gleiche Gymnastik-Arige hier. Da ist auch nichts Neues. Da kannst du auch nach Dortmund fahren. Da machen sie das gleiche. Das habe ich eben schon mit meinen Kollegen hier gesprochen. Das wollen wir mal sehen. Heute Abend ein bisschen was wichtig ist. Nagelsmann gegen Klopp. Liverpool gegen Hobbelheim. Das wird hochinteressant. Da will sich Peter mal reinziehen. Aber ich glaube, Liverpool gewinnt das. Da habe ich so ein Gefühl. Dazu sind die Jungs beim besten Wetter. Wer hier nur kein Fußball spielen kann, guckt euch mal den Rasen an. So einen Teppich habe ich nicht zu Hause. So ist das. Die lernen das auch nicht mehr. Aber das sage ich ja immer wieder. Und ich hoffe natürlich gegen Köln, dass das bergauf geht. Das muss auch bergauf gehen. Technisch war das ja nicht so überragend. Aber wir haben drei Punkte geholt gegen Augsburg. Technisch sind wir ja nur noch bedeutend verbesserungswürdig. Aber vielleicht kriegt Marco das in den Griff. Und die beiden Co-Trainer. Die machen ja hier gute Arbeit. Der Sieg hat natürlich ein bisschen breite Brust gemacht. Und ich hoffe natürlich und drückt sich der Aum für Köln. Aber in Köln wird das unheimlich schwierig. Aber HSV ist das ja gewohnt. Wir haben ja nur schwere Gegner. Alles klar. Schönen Abend wünsche ich euch noch. Tschüss. Bis nachher. Tschüssi. Tschüssi.